Aus dieser Entfernung, kaum eine Chance für den Torwart. Was für ein Traumtor, da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Ja, sowas wollen wir hier sehen, das ist Fußball.